ja hallo zusammen da bin ich mit einer neuen folge und wieder hat er gar eben absturz gemacht jetzt habe ich gerade geschaut das sieht schon nach dem temperaturproblem oder sah nach dem temperaturproblem aus ich hatte ja neue lüfter eingebaut bin jetzt mit meinem projekt projekt rgb rechner durch bin auch sehr zufrieden sieht sehr gut aus allerdings waren halt da auch noch andere waren die lüfter noch dabei und ich habe in der lüftersteuerung herum gespielt und ja da ist er beim rendern und nur beim rendern mal eben locker auf 75 grad gekommen 76 das ist zwar eigentlich völlig okay aber aber das problem ist wenn dann noch das spiel dazu läuft dann ist schwierig jetzt läuft habe ich die left lüftersteuerung noch mal umgestellt nach dem videos update gemacht habe er dreht jetzt ein bisschen höher als vorher ist vielleicht auch ein bisschen lauter dass ich aber den kopfhörer eh nicht auf da ich das ähnlich höre ist mir das egal weil ich geschlossene kopfhörer habe dafür allerdings er rendert jetzt parallel und läuft gerade müssen naja 68 grad das ist mal relativ wurscht ich hoffe dass es ein temperaturproblem ist aber sonst muss ich gucken ich habe jetzt auch heute noch nichts anderes gespielt als das hier von daher muss ich dann einfach mal gucken ob das möglicherweise doch irgendwo anders dran liegt keine ahnung er kann jetzt natürlich alles möglich sein windows update gab es vor kurzem das h2 ja werde ich sehen aber mir nochmal abschmiert jetzt in der aufnahme weil dann darf ich mich erstmal fehlersuche gegeben ich hasse das könnt ihr mal abhauen was an abhauen weiß nicht zu verstehen ja wir werden sehen ich bin gespannt wenn ich jetzt so ein zwei folgen durch aufnehmen kann mit rendering zeitgleich dann wäre da schon ganz cool aber ich temperaturproblem kann ich dann allerdings ausschließen weil 70 grad mit rendering und zocken darf kein problem sein definitiv nicht war es vorher auch nie muss man jetzt auch mal dazu sagen war es vorher auch nie also von daher unproblematisch puncher kratzt mich nicht weil wir wollen ja auf wollen wir wollen ja dieses mal zwei hände ich plus durch hier so flurry da waren wir hier mehr schaden erst mal mal gucken aber jetzt durch hält gucken wir einfach mal ja das schild wandert auf jeden fall noch weg das ist mal relativ safe also zwei deutsche werden glaube ich so das was ich mir vorstellen könnte so zwei waffen zweihändig bild muss noch mal gucken alle freunde lasst das ist das dankeschön so greats wird interessiert mich obwohl das kann verticken ja ich marschiere jetzt hier absichtlich so ein bisschen durch die gegend weil ich nicht genau weiß was mein rechner so treibt jetzt das ist so ein bisschen entspannt aber trotzdem ärgert mich dass eine char weg ist das ändert ja nichts am sachverhalt das ärgert mich richtig aber wie gesagt als er dann gerade eben noch mal abstürzte gut ich wollte sowieso die tage noch das neue bios update aufspielen für sport weil sie haben jetzt auch ein patch für usb problematik mit den x5 70 bord hat amd den patch rausgebracht den haben wir uns da mal eben damit mit dabei darauf gespielt es gab also ich war jetzt nicht betroffen aber es gab eine menge amd board user den x5 70 bord verwendet haben wo es dann echt schwierigkeiten mit abbrüchen gab im kontext von usb geräten hatte ich jetzt nicht soweit ich mich erinnere also zumindest habe ich da nicht wissentlich wahrgenommen aber ich habe gedacht gut neuer agesa agesa ist ja so die firme version für die amd prozessoren wobei mir das relativ wenig bringt weil ich ja kein 5000 habe sondern 3000 hat er mir aber vollkommen ausreicht sind zwölf kerner das reicht dicke ich habe jetzt auch die übertaktung mal rausgenommen von der grafikkarte den amd prozesse übertakte ich nicht weil das total sinn befreit ist aus meinem verständnis heraus die 3000 serie ist jetzt nichts was ich wirklich zwingend übertakten würde weil die schon so weit selbst sich hoch takten der turbo bus ist seitens zwölf kerner also 24 mit einem base clock von 71 grad ist auch okay ich gucke immer noch parallel rüber lass das ich gucke immer noch parallel darüber wie sie die temperatur verhält aber verhält sich in dem bereich jetzt haben wir gerade 24 hoch gesprungen 76 springt aber dann auch gleich wieder runter ich habe ja so eine kurve eingestellt dass er mehr oder minder höher die temperatur desto höher drehen die lifter das tun sie auch wie sie sollen ja intel prozessoren sind weniger hits köpfe wobei bei den aktuellen weiß ist gar nicht so ich hatte ja auch ein sechs kerner intel prozessor der war weniger hits kopf aber amd prozessoren sind halt ganz schöne hits köpfe muss man einfach so sehen breitschwert na ja gut haben was mit aufgenommen hallo wobei die amd prozessoren hier für die temperatur bis 95 grad ausgelegt sind und normalerweise regeln sie doch noch runter das ist ja nicht mehr so wie früher früher hatte man ja beim übertakten oder so ist immer so ein bisschen angst dass der prozessor so heiß wird dass das ding gleich in die ewigen jagdgründe der prozessoren geht das ist heute nicht mehr so im normalfall da gibt es auch genügend videos von hat der bauer mal getestet im normalfall ist das relativ unproblematisch dass man sagen kann okay wenn wirklich zum beispiel auch mal die der lüfter ausfällt oder sowas dann wird es so sein dass die prozessoren normalerweise runter regeln kann es den scheiß mal lassen echt jetzt danke ja wen haben sie denn genommen den chart also die scherbe ist in danger ist in gefahr wer war das lina meine tochter lala 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 ich will mein bestes tun ihr jungs haut ab gehen mir vom acker kann ja wohl nicht angehen oder also besorgen wir erstmal die scherbe machen wir das mal lassen Wo schlage ich eigentlich hin, sag mal. So. Hallo Freundchen. Tschüss. Hier ist nix weiter. So, Freunde. So, dann gehen wir hier. Haut doch einfach ab. So, nächstes Level erreicht. Okay. Ach, was soll denn das hier? Ja gut, der wird aber trotzdem echt ganz gut warm. Da kann ich mir vorstellen, dass ich vorhin echt relativ hohe Temperaturen erreicht habe. Der ist jetzt mittlerweile bei 78 Prozent, was ich schon... Oder 78 Grad, obwohl der gerade wieder rund... Ah, ja. Muss ich vielleicht nach der Aufnahme, wenn sie denn durchhält, auch nochmal gucken. Ei, das tendenziell unproblematisch sein sollte. Oh, da habe ich noch irgendwas. So. Oh, das ist das. Bla. Ah, la, la, la. Oh, da ist das. Oh, was ist da denn gefallen? Ah, eine Zweihändige... Einen Zweihändiger haben wir. Ich könnte kotzen, ne? Da gibt es viel schönere Sachen, aber nein. Ne, 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 da muss mir das Spiel ja Schrott geben. Ist ja klar. Aber auf jeden Fall scheint ich jetzt nach dem Bios Update auch durchzuhalten. Keine Ahnung. Das letzte Bios war auch eine Beta, aber ich hatte doch letzte Woche aufgenommen. Also von daher eigentlich strange. Aber ich werde ja gleich noch eine Aufnahme machen. Also von daher werde ich da nochmal gucken. Hey, hier ist hot. Ach, hier wird es jetzt stressig. Da kann ich mich dran erinnern. Vom letzten Mal ist ja noch nicht so lange her. Ähm, ja. Was war das denn? Ja, ist okay, Freunde. Können wir das mal lassen? Komm schon, Baby. Das lassen wir mal, ne? Ja, ja. Soll ich das? Lass es doch bitte mal hier. Weg da. Weg da. Arschloch. Blöd für dich gelaufen. Ach ja. Jede Menge weißes Zeus hier. Komm. Tschüss. Tschüss. Die nehmen wir mal hier. Ach, das kann doch eben hier angehen. Äh, kann man hier mal im Sortieren. Solche haben wir gar nicht. Hier, komm. Kann ich das jetzt aufnehmen? Ja, jetzt ging's. Bringt ja Kohle. Ach. Warum auch immer ich das da mit Giftflaschen bewerfe. Vielleicht einfach, weil ich es kann. Man weiß es nicht. Ist hier noch irgendwas? Nope. Die Belohnung dafür, dass es jetzt ja so eine Art Boss war, war jetzt auch eher nicht so prickelnd, wie ich finde. Da hätte man ruhig ein bisschen mehr drauf können, ne? Finde ich jetzt mal so. Naja. Äh, wir müssen da hin. Ja, 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 ja. Äh, also was wollen wir tun? Goodbye. Ach, halt die Fresse. So, und ab dafür. So, ihr Lieben. Dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich hoffe, es läuft weiter und stürzt sich weiterhin ab. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020